Warte mal, sind wir da gerade? Mach mal ein bisschen groß und dreißig, bisschen groß und dreißig. Micky, du hast Käpt'n? Ja, nur mal Auswärtsspieler. Genau, genau. Wir haben es uns vorgenommen heute, dass wir da gegen die End nicht mal was holen. Wir haben es geil. Wirklich mega. Ich kann nicht mehr sprechen, weil ich hab so viel gebrüllt. Immer wenn wir Elf gegen Elf spielen, sind wir gut. Man fliegt auch noch von denen vom Platz, sind wir scheiße. Müssen wir uns trotzdem verbessern. 1-0 Sieg, Heimsieg, scheißegal. Zweiter Sieg in Folge, zweimal zu Null. Darauf sind wir stolz. Aber wir müssen weitermachen, Männer. Montag, Mittwoch Training. Juhi, wir schreiben es noch achtmal rein. Aber den heutigen Tag, den genießen wir einfach. Dann haben wir uns verdient. Den Abend genießen wir, das Wochenende genießen wir. Aber ab Montag muss es wieder weitergehen. Und dann kommt der Halb. Dann holen wir uns auch noch. Also, gerade TSV. Ouu, 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 Ouu... Oooo, Ouu, Ouu... Whoa, Oooooo, Ouu... I Bell oppose, Ouuo, Ouu, 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 Ouu... 聯 up Ed frei! Oh!